Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin hier zusammen mit dem großartigen Florian Kempkes. Florian Kempkes begleitet mich schon eine ganze, ganze Weile. Seit 2016 kennen wir uns und seit dem Coach, der mich auch persönlich ganz viel hilft mir zu reflektieren, besser zu führen, mich glücklicher zu fühlen und einfach auch mehr aus dem Leben rauszuholen. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise, sehr wissenschaftlich angehaucht auch. Also das Spannende ist immer, wenn ich mit Florian im Call sitze und dann erzähle ich ihm irgendwie, was leicht spirituell angehaucht ist, dann sagt er, nee, warte, das kann ich dir wissenschaftlich erklären und danach verfliegt der spirituelle Hauch auch schon wieder. Ja, der Flo ist ein großartiger Typ, der war oder ist noch der jüngste Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, ja, Schwarzgurt, in Deutschland relativ spät angefangen, auf der Europameisterschaft gekämpft, coacht Führungskräfte von DAX 20 Unternehmen und das auch schon in sehr jungen Jahren. Und er ist so die Geheimwaffe der Reichen und Schönen, wenn die Beziehungsprobleme haben oder vermeintlich andere Probleme und dann stellt sich heraus, oh, das ist ein Beziehungsproblem. Und das ist eigentlich das Spannende, worüber wir sprechen möchten, weil der Flo hat sein erstes eigenes Buch rausgebracht, Fighting for Happiness, wo es darum geht, dass Unternehmer glücklich werden. Und ich finde diesen Werdegang so spannend, weil ich den Flo ja seit drei Jahren kenne und ich ihn kennengelernt habe als Führungskräftetrainer und er dann viel gemacht hat, um eben Blockaden zu lösen und zu helfen, besser zu kommunizieren und einfach einen schöneren Workflow und Prozess innerhalb von Teams zu kreieren und zu schaffen und auch Führungskräfte besser führen zu lassen. Und dann aber relativ zügig irgendwie mehr und mehr zu einem Beziehungscoach wurde. Was ja jetzt nicht wirklich ist in dem Sinne, aber wie es dazu gekommen ist, was da so der Werdegang ist und was du daraus für dich, dein Leben lernen kannst, für deine Beziehungen, die du führst, ob mit deinem Partner, deiner Partnerin oder mit anderen Menschen und wie du glücklich bist, nicht nur als Unternehmer, sondern auch gerne als Arbeitnehmer, Freelancer, was auch immer du machst. Darum wird es gehen. Und deshalb sage ich, Flo, danke, dass du da bist und stell dich doch gerne vor, so ein bisschen dein Werdegang, damit jeder versteht, wie kommt es, dass du in so jungen Jahren schon das alles machst und geschafft hast? Ja, erstmal hallo und danke, dass ich da sein darf. Den Großteil von meinem Werdegang hast du ja jetzt schon erzählt. Also ich habe Sozialwissenschaften studiert, das hast du noch nicht erwähnt. Ich habe mit 19, 18, 19 mit Brazilian Jiu-Jitsu angefangen, habe mit 21 schon eine Schule geleitet und habe auch in dem Alter schon auf der Europameisterschaft gekämpft. Auch, das hast du ja schon erwähnt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich immer noch der zweitjüngste Schwarzquart Deutschlands bin. Keine Ahnung, zumindest damals war ich es. Und ich habe mit 23 beschlossen, dass ich mich jetzt selbstständig mache als Führungskräftetrainer. Das hat jetzt nicht unbedingt die positivsten Reaktionen hervorgerufen, aber es hat dann auch durch natürlich Unterstützung von tollen Menschen geklappt. Mit 24 habe ich das erste Führungskräftetraining für einen DAX-Konzern, damals war das Daimler, gehalten. Dozent an der Uni war ich ebenfalls in dem Alter und auch in dem Alter habe ich mit Coaching angefangen. Und so ging die Reise dann erstmal weiter. Und die Frage, die du hier so ein bisschen gestellt hast, wie kommt man denn von Führungskräftetraining auf so Glückscoaching? Und die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich habe mir die Sinnfrage gestellt. Was macht denn für mich zutiefst Sinn und woran glaube ich und was möchte ich bewegen? Und ich glaube daran, dass glückliche Menschen die Welt verändern und das Unglückliche sie kaputt machen. Und das war so mein Anlass, mich wirklich in dieses Thema hereinzuarbeiten und zu schauen, naja, was macht denn Menschen glücklich? Wie kriegt man es denn hin, dass Menschen glücklich, zufrieden sind, dass sie in sich ruhen und dass sie es eben nicht mehr nötig haben, über andere zu hetzen, die Umwelt mit maßlosem Konsum zu zerstören und so weiter und so fort. Und da kommen wir dann auch natürlich schon zu dem Thema Buch. Da war ich enttäuscht von dem, was ich gelesen habe. Der Großteil der Literatur, was es zum Thema Glück gibt, ist entweder so esoterisches Zeug à la Liebe deinen Nächsten und so weiter und so fort. Für manche mag das richtig sein, mein Ding ist das nicht. Und dann gibt es ein paar richtig gute wissenschaftliche Bücher, die aber meistens darauf beruhen, dass man Menschen gefragt hat, wie glücklich bist du? Und diejenigen aussortiert hat, die gesagt haben, ich bin glücklich. Und dann gefragt hat, ja, und was machst du so? Das war mir zu dünn. Und aus all dieser Recherche kam dann so die Idee zu schauen, na ja, also was passiert denn, wenn wir glücklich sind in unserem Körper? Und das ist relativ einfach. Da werden verschiedene Hormone ausgeschüttet. Und da ich nichts finden konnte, wo wirklich sich jemand die Mühe gemacht hat, dass die guten Studien, die es dazu mittlerweile gibt, mal zusammenzutragen und zu schauen, okay, welche Hormone sind das? Was für einen Sinn haben die? Wie funktionieren die und was kann ich tun, um diese ganz gezielt auszuschütten und einfach glücklicher zu sein? Ja, weil es das nicht gab, habe ich ein eigenes Buch darüber geschrieben. Fighting for Happiness. Sehr cool. Das Schöne an dem Buch ist ja im Prinzip, es ist aus der Sicht geschrieben, dass du aus der Vogelperspektive als Leser, im Prinzip Flo, als Coach erlebst, wie er im Prinzip einen Unternehmer, der fiktiv ist, dabei coacht, glücklicher zu werden. Der zu ihm kommt, sagt, ich bin unglücklich in meiner Beziehung, das Geschäft, das brennt mich aus, das funktioniert alles nicht so und du erlebst im Prinzip diese Transformation. Das heißt, es ist kein, hey, du musst jetzt das machen und das machen und das machen, sondern du erlebst das aus der Vogelperspektive, als ob du im Prinzip ständig bei diesen Coachings dabei wärst. Und das ist eigentlich eine ganz geile Art und Weise, das aus dieser dritten Person zu schreiben, um da, sage ich mal, Unbefangener die ganzen Informationen aufzunehmen und mit sich selbst zu reflektieren. Wie kamst du dazu, das eigentlich so zu machen? Das ging relativ einfach. Also es gibt ja noch mehrere Leute, die in dieser Form solche Bücher geschrieben haben. Stefan Merath zum Beispiel hat drei Bücher in diesem Stil geschrieben. Ich fand das super. Ich fand das viel einfacher zu lesen. Und ich meine, wir Menschen, wir denken in Bildern, wir denken in Geschichten. Geschichten können wir uns einfach viel, viel leichter merken als abstrakte Fakten. Und ich habe mir gedacht, naja, das hat eigentlich nur Vorteile. Man kann es leichter lesen, man kann es sich leichter merken, man kann sich besser damit identifizieren. Und man ist mehr, ja, schon fast gezwungen, sich selber Gedanken zu machen. Was heißt denn das jetzt eigentlich für mich und woher kenne ich das? Als wenn man jetzt einfach so dieser anweisenden Ratgeber da liest. Also ich kann das selber schon nicht leiden. Warum sollte ich dann sowas schreiben? Meiner Meinung nach hat das nur Vorteile, in dieser Form ein Buch zu schreiben. Das Geile, was ich so ein bisschen herausbringen möchte, und da darfst du gerne gleich vielleicht ein, zwei Geschichten erzählen, anonymisiert in dem Sinne. Das Spannende war halt eben, als ich damals den Flo kennengelernt habe. Wie jung bist du gerade? 28. 28. So, das heißt, wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt. Da warst du 24. Das heißt, da warst du gerade erstmal so um ein Jahr selbstständig gewesen. Und Flo ist kein klassischer Coach, wie du ihn kennst, der dich in Facebook oder YouTube-Werbeanzeigen anschreit, sondern Flo macht wirklich klassisch B2B und halt klassisch Empfehlungsgeschäft und so weiter und halt ist da nicht in dieser Bubble, in dieser Szene drin. Und das erste Mal, wo ich das halt so ein bisschen gemerkt habe, war dann, als ich bei ihm saß und er sagt, ja, du, ich habe morgen nochmal ein 1-zu-1-Coaching mit einem Unternehmer hier aus der Gegend und so weiter und wir haben uns irgendwie über Autos unterhalten und dann sagt er, ja, du, der hat einen der wenigen McLaren P1 bei sich in der Garage stehen. Und wer es nicht weiß, das Auto gibt es nur ganz selten auf dieser Welt. Das ist, ich glaube, kostet sogar über eine Million Euro und so weiter. Und dann sage ich, wie zum Teufel kommt das, dass du mit 24 wirklich von so erfolgreichen Menschen gebucht wirst, die sagen, hilf mir, hilf mir. Und genau, das ist eigentlich das Spannende. Wie kamst du dazu und was konntest du als 24-Jähriger tatsächlich dann in deren Leben auslösen und machen? Und wie haben dich die Erkenntnisse von diesen ganz vielen Einzelcoachings, weil du ja viel Einzelcoaching gemacht hast, Seminare kamen ja hin und wieder dazu, wir haben ja auch ein paar Seminare zusammen gemacht, aber primär diese Erkenntnisse, weil für mich ergibt sich das gerade so, wie es Steve Jobs damals gesagt hat, you can connect the dots looking backwards, dass irgendwie all das dich ja dann zu dem geführt hat, was du jetzt machst und zu diesem Buch dann tatsächlich. Und diese Reise würde ich gerne mit den Zuhörern und Zuschauern durchgehen, als Inspiration für sich, damit sie für sich, wenn sie vielleicht mal gerade irgendwas Eigenes starten, aber irgendwie nicht so die Klarheit sehen oder nicht sehen, wo das hinführt vielleicht, dann sehen, wie so einzelne Puzzleteile sich immer mehr ergeben und dann irgendwann daraus so ein Gesamtbild einfach entsteht, was dann so für Klarheit, Struktur und einen geraden Weg so hat. Ja, ich erinnere mich sogar an unser Gespräch damals, wie ich schockiert war, dass ich in diesen P1 einfach nicht reingepasst habe und mir so fett vorkam. Ja, wie kam es dazu? Ich glaube, das kann man, sowas kann man nicht planen. Also ich habe seit drei Wochen überhaupt erst mal eine Homepage. Also vorher gab es das irgendwo, auf der war nie jemand drauf und die hatten wir auch nicht mal gefunden. Sondern mein Geschäft hat sich fast rein aus weiter persönlicher Weiterempfehlung zusammengesetzt. So, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, dass Menschen einen empfehlen? Und das war bei mir eigentlich sehr banal und einfach. Ich habe für etwas gebrannt. Und ich habe an etwas richtig Freude gehabt und das hat angesteckt. Und ich merke immer wieder, wenn man eine klare Botschaft hat, einen klaren Sinn, etwas, was man erreichen will, dann stößt das natürlich manche Menschen noch ab. Aber viele zieht es eben auch an. Und viele erzählen das weiter und viele empfehlen dich weiter, einfach weil sie Teil davon sein wollen, weil sie merken, da ist jemand, der will etwas wirklich Gutes tun und wollen das unterstützen. Und so kam das eben Schritt für Schritt. Ich habe immer dann, wenn ich wirklich das getan habe, wo ich zutiefst von überzeugt war und der Meinung war, das ist das Richtige. Immer wenn ich das getan habe, dann kamen die Bausteine ganz von alleine mir zugeflogen, ohne dass ich es so richtig verstanden habe, wie das einfach kam. Und so ging das immer weiter und immer weiter. Ich bin immer diesen Weg weitergegangen. Ich habe mich immer selber weitergebildet. Ich habe mich selber mit mir beschäftigt. Ich habe einfach Gas gegeben und es hat bis jetzt zumindest sehr gut funktioniert. Ja, definitiv. Bevor wir zu diesem ganzen Thema kommen, jetzt in der Praxis und zwar, wie wirst du glücklicher selber? Was waren eben deine ganzen Erkenntnisse aus diesen Coachings, die du hattest? Also was waren die Probleme deiner Kunden, weshalb du angerufen wurdest? Was war dann tatsächlich das Problem? Was hast du mit denen gemacht? Bis du halt eben zu diesen ganzen Erkenntnissen gekommen bist, hey, eigentlich muss ich allen nur dabei helfen, glücklicher zu werden, slash auch zum Alpha in ihrem eigenen Leben zu werden, damit alles in Einklang kommt. Kannst du uns da mal so ein Bild geben von? Ja, also die meisten Kunden, die zu mir kamen und auch immer noch kommen, die haben mehrere Themen. Also erstmal sind die einfach ziemlich gestresst. Die haben das Gefühl, also die Tagesto-Do-Liste reicht für drei Wochen. Die haben viele Konflikte in ihrem Leben und die Konflikte sind vielleicht noch gar nicht mal das Problem, sondern dieses Gefühl, ich verstehe gar nicht, wo die immer herkommen und ich weiß nicht, wie ich die endlich mal lösen soll, sondern es knallt und knallt und knallt und alle sind mit mir unzufrieden. Und ja, also so eine Mischung aus irgendwie Motivation, die fehlt, viel Stress, viele Konflikte und einfach nicht glücklich. Das ist so der Klassiker, wenn jemand zu mir kommt. Und eben mit dem großen Thema, ich verstehe nicht warum. Und genau das ist das, woran wir im ersten Gespräch dann auch immer arbeiten. Ich mache in jedem Erstgespräch eine sogenannte Engpass-Analyse, wo es darum geht, zu unterscheiden von all diesen oft vielen Problemen, die ich gerade habe. Was ist davon eigentlich Wirkung und was ist davon eigentlich die Ursache? Und meistens liegt die Ursache in einem selbst entweder in Ängsten oder darin, dass ich nicht in Konflikte gehe, dass ich eben keinerlei Aggression zeige, dass ich nicht eine Grenze ziehe, dass ich nicht Nein sage. Und das hast du selbst bei sehr erfolgreichen Unternehmern, wo du nie auf die Idee kommen würdest, dass das denn ihr Problem ist. Aber meistens liegt es genau daran, ich stehe nicht für die eigenen Bedürfnissein, ich beziehe keine klare Stellung und ich sage nicht Nein. Und dann, wenn ich zu allem Ja sage und mir ständig ein neues Projekt anschaffe, dann ist es kein Wunder, dass ich irgendwann überfordert bin, dass ich den Erwartungen der anderen, ich habe ja Ja gesagt, nicht mehr gerecht werden kann und dass ich dann in so einer Abwärtsspirale quasi bin. Also das ist die häufigste Ursache. Es gibt aber natürlich auch andere. So ganz pauschal, glaube ich, kann man es nicht sagen, weil natürlich jeder Mensch individuell ist. Ja, definitiv. Wie spiegelt sich das in den Beziehungen wieder? Also so ein bisschen kam zuerst das Huhn oder das Ei im Sinne von, ist es häufig so, dass du erlebst, dass Unternehmer Probleme haben, in Konflikte zu gehen? Also im Sinne von, sie haben Probleme in ihrer Beziehung, ja, und das spiegelt sich dann nachher in deren Unternehmen wieder, in deren Selbstständigkeit, in dem, was sie tun? Oder ist es häufig, sie haben Probleme in ihrem Unternehmen, in ihrer Selbstständigkeit, in dem, was sie tun? Und das spiegelt sich dann in die Beziehung wieder? Oder ist es sowohl als auch? Das bedingt sich gegenseitig, wobei die meisten meiner Kunden in ihrem Unternehmen wenig Probleme haben. Also irgendwelche hat man natürlich immer, aber das ist nicht so der Punkt, sondern das bedingt sich zum Beispiel in dem, in der Form, weiß ich nicht, Unternehmer X hat versprochen, ich bin um fünf zu Hause und dann weiß er, ich muss um Viertel nach vier losfahren und um zehn nach vier, mal fährt er den Rechner runter, verlässt sein Büro, geht los und dann kommt ein Mitarbeiter auf dem Flur und sagt, hey, ich habe gerade so eine Idee, lass uns das noch ganz kurz besprechen, ich brauche kurz dein Feedback. Ja, so, was macht er jetzt? Er sagt, ja, aber nur fünf Minuten. Am Ende ist er eine Dreiviertelstunde da und um fünf, wenn er eigentlich schon da sein sollte oder kurz nach fünf, ruft er an und sagt, ups, das wird später. So, dann kommt, ist natürlich die Partnerin zu Hause, ist sauer, weil hat gesagt, du bist um fünf da und um kurz nach fünf sagst du, kommst später, was soll das? Könnte man noch sagen, zu Recht sauer. So, und jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, jetzt die zweite Chance, in den Konflikt zu gehen und zu sagen, ja, aber zum Beispiel, hier ist nichts passiert oder ja, ich mache es nächstes Mal besser oder es tut mir leid, das war jetzt gerade wichtig, aber was macht man dann, wenn man versucht, den Konflikt zu vermeiden? Man versucht, sich rauszureden. Ja gut, das war doch eine Ausnahme, ist doch nichts passiert, ja, so, was passiert dann? Die Partnerin ist erst recht sauer und es knallt nochmal, ja, so, und das ist dann so ein Teufelskreis, wenn man versucht, vor den Konflikten wegzulaufen, sich dem Konflikt nicht stellt und Ausflüchte sucht oder anfängt, kritische Themen gar nicht mehr anzusprechen und so weiter, dann kommt das meistens wie ein Bumerang und meistens viel, viel heftiger zurück und da bedingt sich natürlich Geschäft und Privat, weil irgendwo muss ich Grenzen ziehen, irgendwo muss ich Nein sagen und die meisten Unternehmer sagen einfach immer Ja zu dem, der gerade am lautesten schreit und das ist meistens eben das Geschäft. Ja, okay, spannend und was ist, was ist die, die, die Lösung im Prinzip dafür? Also wenn wir jetzt beispielsweise daran denken, wir haben zwei Kurse miteinander erstellt, einer der brandneue ist unter anderem, das ist der Alpha-Kurs und die Performance Mastery. So in der Performance Mastery geht es darum, wie bringst du als Unternehmer Performance und da hast du einen Workshop gehalten, der über eine Stunde geht, wo du genau darüber sprichst, wie wirst du glücklich, wie benutzt du die ganzen Glückshormone für dich, damit du besser drauf bist, mehr leisten kannst, mehr Klarheit hast und einfach alles flutscht. Und im Alpha-Kurs geht es ja speziell darum, wie wirst du zum Alpha? So, vielleicht die Erklärung von mir und dann gerne auch von dir, da geht es primär darum, einfach genau das, wie führst du sauber deine Konflikte, mit dir selber und mit den Menschen drumherum, so dass der Konflikt nicht ein, wir hauen aufeinander drauf, es ist alles doof, sondern ein, wir lösen hier zusammen was auf und wir kommen gemeinsam voran ist. Wie schaffst du es auch, deinen Status aufzubauen und dann auch als Alpha wahrgenommen zu werden von Kunden, von Mitarbeitern, aber auch natürlich von deiner Partnerin oder deiner zukünftigen Partnerin, weil das einfach super wichtig ist, Alpha zu sein. Vielleicht kannst du da so ein bisschen die Brücke schlagen, wie das, weil wir ja eben aufgrund unserer ganzen Gespräche, die wir geführt haben und Dinge, die ich erlebe mit meinen Kunden und Dinge, die du erlebst mit deinen Kunden, wir gemerkt haben, hey, die brauchen das, die brauchen das unbedingt, das ist die Basis von allem und wenn die das drauf haben, wenn die einmal Alpha sind und einmal glücklicher sind, im Sinne von, dass sie verstehen, was können sie für Knöpfe drücken wie auf einer Fernbedienung, dass sie dann generell alles, diese Puzzleteile zusammenkommen und einfach miteinander laufen. Also ich finde auch, das hängt sehr stark zusammen. Wenn ich es wirklich schaffe, Performance, Leistung zu bringen, produktiv zu sein und natürlich auch effektiv und nicht nur beschäftigt, also effektiv auf ein Ziel hin, dann bin ich schon auf dem Weg zum Alpha und der Teil, den ich eben dazu beigetragen habe, war, dass ich mit Blick auf die Glückshormone eben geschaut habe, welche verschiedenen Tätigkeiten kann ich machen, damit ich eben nicht nur in die Dopaminfalle reinlaufe. Dopamine ist ein Hormon, das dazu da ist, um uns anzutreiben, um uns Energie, Begeisterung zu geben, aber es ist nicht dazu da, auf Dauer da zu sein und die meisten Kurse, Literatur, alles, was du so zum Thema Produktivität, Motivation etc. findest, die zielen nur auf Dopamin ab und deswegen wirken die immer nur zwei, drei Wochen, weil spätestens dann ist der Dopaminstoß einfach rum und du bist nicht mehr begeistert und dann brauchst du andere Hormone, dann brauchst du Oxytocin, um dich wieder ein bisschen zu regenerieren und runterzufahren, du brauchst Serotonin, du brauchst endogene Opiate, um wirklich Leistung zu bringen, also du brauchst idealerweise verschiedene Hormone in einer gewissen Bilanz, damit du auch wirklich nachhaltig und langfristig produktiv sein und Leistung bringen kannst. Das ist so der Inhalt des ersten Kurses, den wir dann gemeinsam gemacht haben und dann kommst du eben auf, dann bist du zumindest auf dem Weg zum Alpha beziehungsweise du weißt, wie du auf dem Weg zum Alpha schnell vorwärts kommst und dann ist natürlich noch die Frage, in welche Richtung und was im Alpha-Kurs ich versucht habe erstmal klarzumachen ist, Alpha ist ja nicht nur etwas, was wir so aufs Spaß mal wollen, weil sich das irgendwie cool anhört, sondern Alpha zu sein, einen hohen Status zu haben, ist etwas, das in unseren Genen angelegt ist. In Jahrmillionen der Menschheitsgeschichte und auch heute ist es bei Affen und so immer noch so, am meisten Fortpflanzen tut sich der Alpha, das heißt, wir stammen alle von Alphas ab und das sieht man bei kleinen Jungs, von was die träumen, die träumen davon, Rockstar zu sein, Polizist, Arzt, was auch immer, aber die träumen nicht von einem Job bei der Müllabfuhr. Warum? Weil der Job bei der Müllabfuhr einfach nicht den Status hat. Das heißt, wir haben in uns dieses Verlangen nach Status, dieses Verlangen ein Alpha zu sein und worum es in dem Kurs dann eben geht, ist erstmal zu verstehen, was ist denn die Funktion eines Alphas? Was ist ein Alpha? Ein Alpha ist nämlich nicht irgendwie jemand, der am lautesten trommeln kann oder der stärkste oder sonst was ist oder der den dicksten Ferrari fährt, sondern ein Alpha ist eine Führungskraft. Die Aufgabe eines Alphas war und ist es, eine Gruppe von Menschen gut zu führen. Und wenn ich das erstmal verstanden habe, dann kann ich schauen, erstens, und das ist dann die Gliederung des Kurses, welche Irrwege gibt es? Denn es gibt klassische Irrwege, wie wir glauben, dass wir mehr in Richtung Alpha kommen. Einer davon ist zum Beispiel das Streben nach materiellen Statussymbolen, Ferrari, Rolex, was auch immer. Ja, da gibt es aber noch ein paar weitere. Also, ich versuche oder ich zeige in diesem Kurs auf, welche Irrwege, auf welchen Irrwegen befinden wir uns ganz oft, wenn wir gerne Alpha sein wollen, wenn wir gerne einen hohen Status haben wollen und welche Wege gibt es denn wirklich? Und da gefällt mir deine Metapher mit der Fernbedienung sehr gut. Welche Knöpfe kann ich denn drücken, um meinen inneren Status zu erhöhen und damit Stück für Stück zum Alpha zu werden? Das ist, worum es in diesem Kurs geht. Sehr cool. Ja, das ist eigentlich geil. Kannst du uns, also ich habe zwei Fragen in dem Sinne, die erste Sache ist ja die, die größte Erkenntnis für mich aus den Coachings dieses Jahr mit dir war eben, dass wir alle meistens Dopamin-Junkies sind und dass das eigentlich wissenschaftlich erklärt und belegt ist, warum wir immer diese Hochs haben und dann diese super krassen T-Phasen. Und wie ich das halt ausgleichen kann. Die zweite große Erkenntnis war, dass die meisten Konflikte, die entstehen, ob es mit Freunden ist, mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Mitbewerbern oder sonst wem, reine Status und Machtkämpfe sind. So. Und das vielleicht mal erklärt so ein bisschen, warum, weshalb, weswegen, vielleicht, dass jemand das dann sich selber reflektieren und hinterfragen kann, weil ich jetzt ganz häufig, dadurch, dass ich das verstanden habe und von dir lernen durfte, merke, wenn mich etwas triggert oder wenn ich irgendwo jetzt Bock habe, in den Konflikt reinzugehen, relativ schnell merke, es geht jetzt hier nur um Status. Also es geht hier nicht um ein Prinzip, es geht hier nicht um die Wahrheit, es geht hier nicht darum, Recht zu haben oder so, sondern es geht jetzt darum, dass ich oder der andere beweisen will, ich stehe über dir. So. Und das entschärft für mich schon super viele Konflikte ganz schnell. Genau, vielleicht darauf mal und dann kommen wir noch zu meiner zweiten Frage, Ja, also Status hat ja auch einen evolutionären Sinn. Wir haben alle unbewusst und genetisch bedingt die Fähigkeit, Status zu erkennen. Man hat das mit Studenten getestet, 15 männliche Studenten in einem Raum, die haben keine fünf Minuten gebraucht, um ganz klare Hierarchien auszubilden und die waren über Jahre stabil. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit und ohne, dass wir das irgendwie bewusst thematisieren, bilden wir Hierarchien. Immer. So. Wie bilden wir diese Hierarchien? Indem wir den Status der anderen erkennen und hoffentlich anerkennen. Wenn wir ihn nicht anerkennen, dann gibt es eben einen Konflikt. Ja, und Status, den transportieren wir durch alles Mögliche, durch unsere Körperhaltung, durch unsere Sprache, unsere Stimme, sogar durch unseren Geruch, durch alles Mögliche transportieren wir unseren inneren Status. So. Das erst mal so als Basis. Jetzt ist es natürlich unglaublich wichtig, nicht nur den Status von anderen zu erkennen, sondern auch zu merken, wenn mein eigener Status sinkt. Warum? Weil ein sinkendes Status viele Millionen Jahre lang lebensgefährlich war. Jemand, der im Status zu weit abgesunken ist, der lief Gefahr, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden und alleine konnte er oder sie nicht überleben. Das heißt, es war überlebenswichtig, auf dem Laufenden darüber zu sein, wie ist denn gerade mein Status? Und deswegen sind wir da unbewusst sehr, sehr feinfühlig. Und wenn wir das Gefühl haben, dass jemand gerade unseren Status erniedrigen möchte und das versucht, dann haben wir instant, sofort ein Gefühl und dieses Gefühl heißt Aggression. Also Aggression ist das Zeichen dafür, dass wir der Meinung zumindest sind, dass jemand unseren Status erniedrigen will. So. Jetzt leben wir natürlich in einer Gesellschaft, die Aggression per se verdammt, die Konflikte am liebsten gar nicht haben will, etc. Das heißt, ganz viele Menschen, die versuchen, ihre Aggression irgendwie wegzulächeln, wegzudrücken, die wollen die nicht wahrhaben, dann haben sie natürlich einen inneren Konflikt und wenn man einen inneren Konflikt hat, dann sinkt man im Status, dann ist man eher gestresst, ist eher unglücklich, sinkt noch weiter und ist in so einer Absperzspirale. Das heißt, für uns alle ist es ganz wichtig, in jeder Kommunikation, in jeder Konversation, die wir haben, spielt Status eine Rolle. Punkt. Und wir sind manchmal im höheren und manchmal im niedrigeren Status und an sich ist das auch okay. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass jedes Mal, wenn wir uns über etwas aufregen, erstens, dass wir das ruhig auch anerkennen und uns selber zugestehen dürfen und zweitens, dass es immer nur darum geht, dass wir uns im Status herabgesetzt fühlen. Wenn jemand mich beleidigt, könnte ich mich ja auch zurücklehnen und sagen, der kam gut, der war kreativ, schöne Sache. mache ich aber meistens nicht, sondern ich reg mich auf wegen dem Status, weil ich das dann eben in dem Moment annehme. Ja. Ist deine Frage damit beantwortet? Die Frage damit ist auf jeden Fall beantwortet, ja, was das Thema angeht. Und jetzt würde mich interessieren, kannst du im Prinzip ein Praxisbeispiel bringen oder Praxisbeispiele vielleicht auch aus dem Coaching, wo du bei Kunden festgestellt hast, dass halt eben viele Konflikte und viel Unwohlsein und so weiter genau daraus entsteht und was im Prinzip so die Lösung war nachher für den Kunden, damit er einfach nicht mehr, ja, damit er da einfach keine Probleme mehr hat, sage ich mal, oder weniger. Ja, ich überlege gerade, welches Beispiel da, also, ja, vielleicht machen wir mal mit dem Beispiel weiter, was ich vorhin erwähnt habe, Führungskraft Unternehmer ist auf dem Flur, will eigentlich gehen, Mitarbeiter kommt und sagt hier, warte mal kurz, ich habe hier was, wo ich deine Hilfe brauche, ja. Je nachdem, wie der Mitarbeiter das macht, kommt da vielleicht sogar schon kurz die Aggression, weil man sich als Unternehmer ja auch durchaus denken könnte, ich bin hier der Chef, ich entscheide, wann ich Zeit habe, nicht du, ja. Diese Aggression wird dann aber erst mal weggedrückt, dann kommt der nächste Punkt, wo vielleicht dann die Ehefrau oder was sauer ist, weil zu spät und so weiter und solche Sachen sagt, wie immer bist du zu spät und du kannst gar nichts einhalten und so weiter, da kommt wieder kurz die Aggression, die da sagt, Moment mal, ich bin nicht immer zu spät, sondern ich bin jetzt einmal, ja, und warum stellst du mich eigentlich als so blöd da, aber die wird dann auch wieder weggedrückt und so zieht sich das immer weiter. Woran ich dann mit den Menschen arbeite, ist erst mal Aggression überhaupt wahrzunehmen und zu merken, ah, jetzt setzt mich gerade jemand im Status herab und sich dann in die Lage versetze mit Hilfe verschiedener Techniken so ankern, gibt es da zum Beispiel, dass man immer, wenn ein ganz spezieller Reiz kommt, automatisch an etwas denken muss, dann arbeiten wir eben mit speziellen Techniken, um in diesem Moment sich kurz zurückzulehnen, zu sagen, okay, jetzt versucht gerade jemand meinen Status herabzusetzen, ich werde gerade ein bisschen sauer und jetzt überlege ich mir, möchte ich da jetzt dementsprechend antworten oder sage ich einfach, nö, ist schon okay so. Also im Endeffekt geht es vor allem darum, das eigene Verhältnis zur Aggression mal zu überdenken, sich zuzugestehen, nein zu sagen, klare Grenzen zu ziehen und einfach nur zu sagen, ich möchte das aber jetzt, weil das ist mein Bedürfnis und dann im zweiten Schritt im richtigen Moment und das ist gar nicht so leicht, auch daran zu denken. Sehr cool. Und dazu habe ich jetzt zwei, sage ich mal, abschließende Fragen und zwar die erste Sache ist, was macht für dich eine glückliche, funktionierende Beziehung zwischen Mann und Frau aus? So, kann ich mit einer Frau zusammen sein als Mann oder als Frau mit einem Mann zusammen sein, wo wir ständig Statuskämpfe haben, immer wieder, wo jeder sich im Status herausgefordert fühlt und, und, und. Wenn ja, wie löse ich das oder ist das eher ein, nee, schlechte Anfangsbedingungen? Und das zweite ist, wie mache ich das in Geschäftspartnerschaften? Ich gründe jetzt mit einem Kumpel, mit zwei Kumpels, mit drei Kumpels oder ich habe vielleicht sogar einen Kunden, der super der Alpha ist und es kommt halt immer wieder dazu, dass man sich gegenseitig herausfordert und es dann eher ein, boah, ist das anstrengend als ein, hey, wir beflügeln uns gegenseitig, wir haben gemeinsam Spaß. Also ich vertrete die These, wenn ich es nötig habe und das betrifft jetzt auf beide deiner Fragen oder deiner Beispiele zu, wenn ich es nötig habe, einen anderen im Status herabzusetzen, dann, weil ich selbst zu tief unsicher bin. So, ja, man könnte auch sagen, nur Betas haben es nötig, andere im Status herabzusetzen. Alphas wissen, dass sie Alpha sind, die haben das gar nicht nötig. Punkt. Das kann man jetzt auf sowohl eine private Beziehung als auch auf eine Geschäftspartnerschaft beziehen. Das heißt, wenn ich in einer Beziehung ständige Statuskämpfe habe, dann sollte ich vielleicht erst mal anfangen, mich selbst zu hinterfragen. Erniedrige ich denn meinen Partner oder meine Partnerin im Status? Und warum? Ich habe das öfters, wenn ich dann irgendwie irgendwo bin, wo ein Paar zusammen ist und dann höre, wie die miteinander kommunizieren im Sinne von, was hast du da schon wieder für einen Scheiß gemacht, immer machst du diesen Dreck und so weiter und so fort. Da zieht sich mir der Magen zusammen, weil ich mir denke, ey, wie viele Statusbotschaften hast du gerade gesendet, ohne dass es dir bewusst ist, die einfach nur toxisch für deine Beziehung sind. Also, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, wenn ich in meiner Beziehung Statuskämpfe habe, dass ich die irgendwann mal habe, ist vielleicht auch normal, dass die Beziehung deswegen keine Chance hat, sondern ich würde das eher als Einladung nehmen, mich selbst zu hinterfragen, warum habe ich es nötig, meinen Partner im Status zu erniedrigen. Und erst, wenn ich wirklich sicher und fundiert sagen kann, ich mache das gar nicht, sondern das macht nur die andere Seite, dann sollte ich vielleicht da auch einfach eine Grenze ziehen. Aber erst mal mich selber hinterfragen. Ich habe immer so ein Modell, eine Beziehung ist wie eine Brücke. Und die Brücke ist immer nur so stabil, wie die beiden Pfeiler rechts und links des Flusses. Wenn beide Pfeiler stabil sind und stabil heißt, jeder, jemand ist in, ruht in sich, jemand ist einfach glücklich mit sich selber, dann kann ich darauf eine wunderschöne, große, stabile Brücke bauen. Wenn der Pfeiler wackelt, dann bringt es nichts, die Brücke auszubauen, noch eine Fahrspur hinzuzufügen oder sonst irgendwie an der Beziehung zu arbeiten, sondern der Pfeiler, der ist das Problem. Sehr cool. Das war jetzt die erste Frage. Die zweite Frage war Geschäftspartnerschaft, aber eigentlich ist die Antwort die gleiche. Wenn ich Geschäftspartner habe, die nicht in sich ruhen, die es nötig haben, mich immer wieder im Status zu erniedrigen, dann kann ich nur maximal diesen Geschäftspartnern helfen, mehr zu sich selbst zu kommen, zur Ruhe zu kommen und einen eigenen Status sich aufzubauen, damit sie meinen nicht erniedrigen müssen. Die letzte Möglichkeit, wenn ich ihn selber, deswegen gibt es Hartz-IV-TV. Das gucken Menschen, die haben schon einen niedrigen Status und die gucken Menschen zu, die einen noch niedrigeren haben, weil sie sich dadurch besser fühlen. Also die letzte Möglichkeit, wenn ich mich selber nicht gut fühle, wenn ich nicht in mir ruhe, wenn ich eben das Gegenteil von einem Alpha bin, ist, anderen Status zu erniedrigen. Kurzfristig mag das ja immer mal in Ordnung sein, wenn sowas langfristig ist, immer erst mal mich selber hinterfragen, mache ich da mit, mache ich dieses Spiel eigentlich mit und dann eben schauen, entweder sich von diesen Menschen trennen oder, wenn das möglich ist, ihnen helfen, ja, sich ihren eigenen Status aufzubauen. Das heißt, die Lösung ist ja keine Einbahnstraße, sondern die Lösung wäre die erste. Okay, du hast jetzt diese Folge hier gehört, dir sind jetzt Dinge aufgefallen, bewusst geworden, und jetzt wäre die Lösung, dich tiefer damit zu beschäftigen, zum Beispiel, indem du Flo sein Buch liest, indem du den Alpha-Kurs oder die Performance Mastery kaufst und dann im nächsten Schritt anfängst, es besser wahrzunehmen, bei dir umzusetzen und dann entweder mit deinem Gegenüber ein Gespräch anzufangen, zu sagen, pass auf, für mich sind ein paar Erkenntnisse aufgekommen, unser beider oberstes Ziel ist es, eine glückliche Beziehung zu führen, eine glückliche Partnerschaft, eine glückliche Geschäftspartnerschaft zu führen. Ist doch auch dein Interesse richtig. Ja, okay. Schau mal, mir ist folgendes bewusst geworden, das, 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 so und so. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist dein Gegenüber offen dafür, dass du mit ihm diese Erkenntnisse teilst, dass du mit ihm diese Informationen teilst oder eben ihm empfiehlst, genau das Gleiche zu tun, sich selber damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, damit es ins Bewusstsein geht und es erstmal eine bewusste Kompetenz wird und dann häufig umgesetzt wird und dann zu einer unbewussten Kompetenz wird. Und da ist es dann wirklich abhängig davon, mit wem bist du zusammen, mit wem machst du deine Geschäfte, weil ich das halt einfach auch häufig mitbekomme, dass wenn eben diese Statuskämpfe zustande kommen, dass selbst wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist und eigentlich nur das Gute und Beste willst, dass dein Gegenüber nicht unbedingt offen dafür ist, das jetzt von dir zu hören oder von dir mitzukriegen, weil er das dann wieder als eine Erniedrigung in seinem Status sieht. Und das ist ja so immer der, sag ich mal, der Zwiespalt. Und da vielleicht so abschließend, wie schaffst du es dann eben, dass deine Kunden dann auch, sag ich mal, ihre Frau mit ins Boot holen oder ihren Mann mit ins Boot holen oder halt eben ihren Geschäftspartner, dass der dann ebenfalls damit an einem Strang zieht und das dann, sag ich mal, in eine schöne Richtung geht. Indem ich im ersten Schritt bei Ihnen selber anfange. Also, da gibt es jetzt, wir haben ja jetzt Lösungen im Endeffekt für drei verschiedene Probleme angeboten. Wenn du sagst, ich bin irgendwie gerade einfach nicht glücklich, ich verstehe nicht warum, dann gibt es das Buch. Wenn du sagst, ich komme nicht richtig voran, dann gibt es hier die Performance Masterbie. Und wenn du sagst, ich habe mich schon ertappt, ich verbringe echt viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich das Geld verdiene und mir das leisten kann oder ich erniedrige andere im Status, dann ist es definitiv der Alpha-Kurs. Was mache ich mit meinen Kunden? Ich arbeite an ihnen selbst. Weil, also, wenn ich jetzt, dein Geschäftspartner wäre, und wir hätten immer wieder Status-Konflikte und du erzählst mir jetzt, ja, übrigens, das Problem ist, dass dein Status zu niedrig ist, in anderen mal ganz deutlichen Worten, dein Problem ist, dass du ein Lappen bist, mach mal was daran, dann wird das nicht unbedingt so gut bei mir ankommen. Wenn ich aber merke, du arbeitest an dir selbst, du hast auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung, du spielst dieses Spiel gar nicht mehr mit, du erniedrigst mich gar nicht mehr im Status, dann dauert das vielleicht noch kurz, aber dann habe ich, bin ich zumindest mit viel größerer Wahrscheinlichkeit, offen auch selber etwas zu ändern. Also, ich würde immer erst mal mit mir selbst anfangen und ich sage meinen Kunden auch, erst mal mit sich selbst anzufangen. Das, was du kontrollieren kannst, ist dein eigenes Verhalten, deine eigene Ausstrahlung, deine eigenen Reaktionen. Wenn die sich ändern, dann wird das deinem Umfeld auffallen und die werden darauf reagieren. Ob positiv oder negativ, ist natürlich unterschiedlich, aber sie werden reagieren und wenn sie positiv reagieren, dann hast du die Tür geöffnet, um zu sagen, hey, ich habe ja auch was, guck mal, beschäftige dich doch mal damit. Sehr cool. Ja, an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank, Flo, für das Interview. Du findest den Link zu seinem Buch Fighting for Happiness, zur Performance Mastery und Alpha Kurs natürlich in der Beschreibung und ja, kannst gerne den guten Flo auch kontaktieren. Ich kann es nur vorneweg sagen, wenn du vorhast, mit Flo zusammenzuarbeiten, auch privat, eins zu eins, das lohnt sich definitiv, aber du musst rechtzeitig anfragen, denn der Flo ist meistens schon zwei, drei Monate im Voraus im Kalender ausgebucht, manchmal sogar schon länger und ja, dementsprechend, Flo, vielen, vielen Dank für das Interview, für die spannenden Insights und ich denke, es wird bestimmt früher oder später noch ein Teil zwei folgen. Bestimmt, danke dir. Gerne, also wir hören uns, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ciao.